Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Super Mario Bros. X. Ich will mal sagen, wir fangen auch direkt an. Ich spiele mit Mario und es läuft jetzt. Wir sind jetzt in dieser Höhlenwelt und versuchen das Level jetzt hinzubekommen. Hier war ja ein Pilz drin. So. Oh, nee, ey. Ich hasse diese Scheiße. Das ist jetzt mal ohne Mist, ey. Den Roten, den hasse ich wie sonst was. Schlecht. Oh, nee, ey. Jetzt bin ich schon wieder klein. Und jetzt kommt dieses Ding, was so hier Dinger schießt. Ja, so ein Ding, was so hier Dinger schießt. Oh, ich hab's rüber geschafft. Yay. Ich sag dir, wer der Scheißvogel kommt gleich wieder. Ich hab' mir vor, das Spiel komplett durchzuspielen, ohne zu scheaten. Und das ist wirklich verdammt schwer. Oh, ich freu mich schon auf Mother Brian, ey. Das ist so ein Viech. Was nachher kommt, ist richtig schwer zu besiegen. Und das Teil kann springen. Scheiße. Mann. Diesmal brauche ich nicht so lange, um das Level hinzubekommen. Piss dich. Wieso hab' ich das Ding nicht vorher weggeschmissen? Ach ja. So. Wieso hab' ich das nicht vorgemacht? Dann würden mich diese Dinger auch nicht stören. Ah, ey. Geil. Oh. Geil. Ich hab ja in der letzten Aufnahme vergessen, die Dinger mal rauszuziehen. Komm her, Vögelchen. Komm her. Komm her. Oh ja. Jetzt hab' ich das Vogelfiech auch getötet. Okay, ich habe ja vor, mir demnächst so eine Game Capture-Box zu kaufen. Box. Was hab' ich grad' Bock gesagt? Äh, Box, ja. Auf jeden Fall. Dann kann ich damit endlich so Let's Plays auf der PS3 und auf der Wii U machen. Das wär' schon echt awesome. Ah, nee, ey. Ich bin ja so ein Nintendo-Kind und auf der PS3, das wär' auch geil. Dann könnte ich FIFA und alles playen. Ah, das ist... Ah, ich freu' mich schon darauf. Okay, ähm... Ah! Ah! Mist. Los kommen mehr. Ah, perfekt geworfen. Boom! Oh. Das Ding kommt immer zurückgelaufen. Oh, nicht werfen. Ah, verdammt, ey. Ja, ja, richtige Richtung. War ein Junge. Boom! Und weggesprengt. Ich hab' mir keinen guten Augenblick ausgesucht. Ah, nee. Oh, Mann. Wieso hab' ich das nicht danach gemacht? Die Uhr hat sich jetzt aber gelohnt. Oh, super, Mann. Richtiger Bullshit ist das. Oh, das Ding schießt. Oh, Mann, ey, oh. Wow, 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 wow! Shit, Nigga! Äh, äh, warte. Das hab' ich grad' nicht gesagt. Ihr habt nichts verstanden. Oh, ein Zwiebel. Noch ein Zwiebel. Oh, Mann, oh, scheiße! Jetzt aber, komm, das schaffen wir. Ich will jetzt nicht stundenlang in zwei Aufnahmen an diesem Level rumsitzen. Ganz ehrlich, ey. Komm. Das Ding schmeißen wir nach oben. Bam, Junge. Ah, nicht so weit nach oben. Spring. Los, Mario. Ein Glück kam die Level-Dekenn-Zeitbegrenzung. So. Weiter geht's. Hoffentlich ist da wieder ein Pilz drin. Ja. Du kannst mir gar nicht du hässliches Viech. Komm her, Vogel. Ich bin ein Vogel, Mama. Nein, 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 nein. Yes, yes, yes. Wirklich? Nur weil ich vergessen habe, die Maus zu bewegen. Oh, nee. Das, äh, es war, weiß ich nicht. Dieses Lied an den Viech, ey. Ich hasse es. Das ist das Schlimmste in dem ganzen Spiel. jetzt ohne mist das ding macht nichts außer auf der stelle rumstehen es war nichts außer auf der stelle rumstehen und springen und trotzdem ist das schlimmste diesmal werde ich es schaffen und diese musik dazu direkt mich auch so aber diesmal werde ich es schaffen hoffentlich haben und da kommt das wieder ja komm vögelchen komm her komm her komm her komm her jetzt gehen wir nach unten das doch einfach ja genau so war es jetzt so schwer mario ja komm raus bombe nein nicht da raus kochon diesmal werde ich nicht abkratzen die fischer kann man ja noch nicht mal tragen die schmeißt er direkt jetzt habe ich keinen fehler machen die heute noch so zeit wo like a boss ich habe ihn mit einer zwiebel gedruckt vor allem scheinbar mehr nein nein doch als spielstand zu haben hat man mann mann an die es wird sich jetzt schon so ich will endlich jetzt place of the wii u machen nicht noch langweilig für euch die ganze zeit das gleiche level zu sehen aber diesmal werde ich schaffen ich bin so fest davon überzeugt weil ich keinen bock mehr drauf habe ich bin schon so depressiv wo ist der pilz sein er ist ein typ der spiel gemacht hat aber nicht gut gemacht nee ganz ehrlich wirklich halte jedoch fest bevor du liebendach leck mich doch am arsch wo kommandet schwiebeln komm her du wirst dich ist fiech stelle ich ja immer an nein das kann nicht wahr sein jetzt mal dann mache ich auch echt schluss und dann überspringe ich das für euch ja auch langweilig wenn ihr die ganze zeit gleiche seh er sieht und deutsch super gemacht ich bin stolz auf mich verschwinde du kackfiech so weiter geht's ach geschafft tja schlecht geil wieder mit der ziel getroffen like a boss das elektronen teil aufpassen das habe ich schon mal gut gemacht ja bombe nummer one bombe nummer two ach man ey boom 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 los mach boom mach boom mach boom brava junge brava junge das zeitding das könnte ich jetzt echt wirklich gut gebrauchen one boy scheibenkleister nicht schon wieder wirklich ganz ehrlich ich überspringe das jetzt tschau bis gleich meine ich und willkommen zurück ich habe es geschafft ich habe dieses verdammte level geschafft ich bin so fröhlich ey ich bin immer an der gleichen Stelle gestorben wo das eine Viech war das hat geschossen an dieser Stelle bin ich immer gestorben oh ey das ist so nervend wow da ist ein Schlüssel ah da kommt man nicht hoch haha ach ich glaube ich habe gerade einen Fehler gemacht kann man zurück nein oh man ich ich Intelligenz Polsen komm gehen wir weiter ich will nur die Level schaffen ich habe ja gesagt ich werde das Spiel komplett durchspielen aber das mit den Sternen die Sterne werde ich erst am Ende wenn ich wirklich die Story durchgespielt habe werde ich die jetzt alle suchen das wird mir sonst zu nerven doch weil wirklich ok lol ja komm drauf ich will das wohl da ist mhm hier sind die Lieder ich frage mich was man hier bekommt ey das Spiel ist so brutal das Level sich so brutal wie das letzte ey das letzte immer diese Viecher die haben sowas von genervt ey zusammen genervt nein ähm weiter im Text ja rutschen wir yeah ey und ab boah ich bin so froh dieses Level eigentlich geschafft zu haben das kann man sich gar nicht vorstellen hab ich es nicht gesehen Mist na wieso bin ich nicht gerontet oh ey ey das war's dann für heute ciao restore oh mein ein